Cool. Mürin, ich mag die Map. Yo, nice. Also, puh. Ist natürlich so eine Sache. Aber da sollten wir auf jeden Fall direkt hingehen. Zum Detektor. Ich hoffe, wenn ich straight hinlaufe, dass ich der Erste bin. Ich hoffe nicht, dass es mir zum Verhängnis wird. Wir checken das jetzt ab. Run, run, run. Go, go, go. Da ist er schon. Aber ist hier noch jemand? Ich glaube nicht. Let's go. Nee, hier ist keiner. Boah, guckt euch das an, wie das alles... So ist es nämlich. Die verteilen sich alle hier rumrum. Drei Leute sind hier. Eins, zwei, drei. Wir gehen natürlich jetzt hier hin. Okay, warte. Wir gehen ganz schnell Störer. Den machen wir noch. Dann direkt zurück. Jetzt gehen wir zu den Gebäuden. Ah. Dünger wird eingepackt. War das eine Mine? Oh, ein Mörser. Sehr cool. Oh, jemand ist beim Tresor. Oh, jemand ist bei den Schaltern. Holy shit. Wir müssen auf jeden Fall ein Auge drauf haben jetzt. Oh. 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 Tresor ist offen, oder? Ja, er hat den geöffnet, oder? Oder muss er noch den zweiten drücken? Nee, der ist offen, denke ich. Oder geht der Klack da gleich zurück? Boah, ich weiß nicht, wo der hin ist. Du musst aufpassen. Komm, Schatz, dann bestimmt die hier hinten. Er hat den Tresor geöffnet. Dann ist er jetzt bestimmt zum Tresor gerannt, hat ihn gelootet. Da hinten steht er doch. Ist er leer? Hat er vor meiner Nase mir den weggezockt? Das ist der blaue Box. Ist der Typ noch hier? Ja. Draußen. Schön. Boom, 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 boom. Jawohl. Tiger 21. Peng, peng. Und der SVU bekommen. Wollen wir rangehen? Ja. Yo. Wir müssen sofort aufs Dach. Sofort. Warte. Das Dach ist hier. Falsche Richtung. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Er kommt. Da. Da. Mist. Ah, ich hab nicht die Munition reingeladen. Mist. Boom, 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 boom. Yeah. Mach den Diskotanz. Die Tiger ist so krass, Mann. Ah, geil. Wo ist eigentlich hier die Komp-Station, die die ganze Zeit so alt ist, die hier oben? Können wir da noch was machen? Ja, die ist da oben drin. Äh, wie kommen wir hier hoch? Ja, tatsächlich. Parcours, Jan. Es ist noch nichts Schlechtes drauf. Geil. Aufrüsten. Aufrüsten. Top. Ähm, jetzt die blaue Box. Und dann gucken wir gleich, ob Tresor noch da ist oder ob der Typ das vielleicht hat. Geil, die ist aber noch zu, ey. Perfekt. So, jetzt kommt gleich der Airdrop. Okay, alles klar. Wir haben auch noch den Ping. Aber hier geht noch ein bisschen was. Ne, hier ist noch ein besser. Reicht. Hier ist noch was? Ne. Lupe. Was haben wir hier noch? Ein Taktbombe, ja, okay. Jetzt schauen wir, was der Kill hat vor der Tür. Gucken wir das jetzt mal. Boah, jemand ist hier. Aha. Der hat gar nichts. Außer, okay, Skorpion. Können wir noch mitnehmen. Der Rest passt schon so. Jetzt hier der Tresor. Ist da noch was drin? Ne, der hat den komplett mitgenommen. So, jetzt war ja jemand noch beim Detektor. Wir müssen auf das Haus jetzt. Boah, der Detektor ist da vorne. Schade, dass wir hier nicht aufs Dach kommen. Hier ist so ein kleines Fenster hier. Da ist Chemikalien da drüben. Die holen wir uns. Hat sich gelohnt, zwölf Stück. Perfekt. Kann man eigentlich durch diese Fenster durchschießen? Ist das möglich? Jemand hat Airdrop? Oh mein Gott. Jemand hat den Airdrop. Ey, ey, ey. Ist das der, den ich gepinkt habe? Tresor wird geknackt? Oh, da ist auch noch jemand. Okay, der wird abhauen. Den holen wir nicht mehr ein. Aber hier ist noch interessant. Ja, lass den abhauen mit dem Airdrop. Egal. Der rennt straight zum Exit. Wir haben kein Adrenalin. Telefon? Wo? Oben drin? Ich gehe... Ja, okay. Ich gehe ran. Der Weg zum Tresor war auch ganz schön weit. Ich gucke jetzt nochmal, was hier geht. Das Telefon ist ja oben in diesem Kranführerhäuschen. Es ist der mit dem Airdrop. Okay, Mist. Ciao, Alter. Ah. Ich glaube, das ist das auch der. Den werde ich nicht mehr erreichen. Was können wir jetzt noch machen? Wir können jetzt hier nochmal gucken, ob da noch ein Secret Airdrop liegt. Dann gehen wir erst nochmal... Ja, die Zeit wird auch knapp jetzt langsam. Gar nichts mehr drin. Aber der Detektor ist hier näher dran. Oh, hier ist Strahlengranate. Wir haben gar kein Jod. Aber ist nicht auf dem Detektor drauf. Sogar eine Challenge. Guck mal, drei Leute noch hier oder was? Oder wenn das fakes? Was geht denn hier ab? Okay, Strahlung kommt von oben. Wir checken jetzt nochmal ganz schnell die Grenze ab. Da ist niemand mehr. Vielleicht ist da noch geiles Blut und dann raus. Ja. Genau, jetzt kommt auch schon die Strahlung. Wir können noch einmal zur Grenze und dann gehen wir runter. Also da ist dann gleich mein Exit. Strahlung kommt von oben, das passt schon. Ich habe aber... Doch, ich habe sogar ein Koffein. Das ist gut. Gleich zum Rennen nochmal. Ja, ja, ja. Boah, was für Riesenkrater, oder? Steht da eigentlich drauf. Ich habe jetzt keine Zeit für die Besetzer-App. Normalerweise interessiert mich sowas auch immer. Müssen wir beim nächsten Mal irgendwann checken. Da hinten wird noch gekämpft am Exit. Ja, klar. Da, wo der mit dem Tresor jetzt langläuft. Da waren wohl noch drei Leute anscheinend. So, was ist hier noch? Ist hier noch was? Schlüssel? Oh mein Gott. Wenn der noch da ist. Oh mein Gott. Dann können wir da raus. Okay. Das probieren wir noch. Let's go. Das probieren wir noch. Vielleicht ist der Schatz noch da. Letzte Chance für noch ein bisschen mehr Loot hier. Lauf. Let's go. Wir rennen nochmal zur Beute. Das könnte noch was werden. Vielleicht. Vielleicht ist es auch weg. Aber das ist noch eine gute Chance. Auf, jetzt noch gutes Loot. Ab geht's. Noch ist die Strahlung nicht da. Ah, jetzt ist die Strahlung da oben. Wir haben kein Jod. Das könnte knapp werden. Wie weit ist es denn noch bis zum Schatz? Keine Ahnung. Aber das Exit ist dann gleich ums Eck beim Schatz. Das muss jetzt funktionieren. Los. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich gehe die Runde jetzt nicht den Bach runter. Wir probieren's. Oh, hier ist auch noch so einfach ein riesen Gewässer im Weg. Hä? Hä, komm. So weit ist es doch jetzt nicht mehr. Oder? Hopp. Oh, doch. Ist ganz schön weit noch. Oh, Leute. Es könnte sein, dass ich mir die Runde versaue jetzt. Weil ich kein Jod hab. Ach, verdammt. Ich will nicht sterben. Aber den Schatz schaffen wir nicht mehr. Schade. Raus. Ja, raus. 100 Prozent. Das machen wir jetzt auch. Weil das klappt so gerade eben noch. Aber Schatz, schaffen wir nicht mehr. Los, bitte. Komm, wenigstens ist das jetzt. Wenigstens ist das jetzt, dass wir noch überleben. Komm schon. Um die Ecke noch. Bis da vorne. Das sollte doch jetzt noch klappen. Ja. Aber gut. Countdown sehr früh. Ich dachte, er fängt erst hier hinten an. Aber Schatz hat mir leider nicht geschafft. Egal. Aber trotzdem gute Runde. Die Tiger hat auf jeden Fall geregelt. Peng, peng, peng. Am Ende dann doch nichts mehr. Nichts mehr in der Strahlung. Nichts mehr holen können. Aber das ist ja. Ist dann halt das Spiel. Besser überlebt, als mit dem ganzen Mist jetzt draufgegangen. Ja, doch. Coole erste Runde heute im Livestream, oder? War gut. Und wir haben die Challenge. Wir haben die Challenge gemacht. Ich sehe dich, Challenge. 15 Außenseiter finden mit dem Detektor. Gibt sogar eine normale graue Kiste. Können wir doch noch eine aufmachen jetzt. Perfekt. Ja. Hier kommt die Belohnung. Das Loot kommt auch noch obendrauf. Na siehste. Yes. War eine starke, gute Runde, oder? Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt doch mal einen Daumen hoch. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut. Euer Jan Jugo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.